Hallo liebe Rot-Weiß-Essen-Freunde, meine Meinung von Sapauli, neun Siege, null Unterschieden und eine Niederlage, richtig gut mit dem Weitermachen, BVB-Pokal, zweite Runde, zweite Bundesliga, Tabellenplatz an fünf, recht gut, Punkte alle 40 Punkte, Sapauli, bitte weitermachen, mir aufgeben und richtig gut von euch gemacht ist, wirklich richtig gut, Sapauli ist eigentlich zweite Liga-Mannschaft, mehr ist großartig auch nicht, wenn es aufsteigen muss, Bundesliga, nur eine Version und dann wieder Runde von zweiter Liga, dann zu W-Roll-Stuhl-Mannschaft, Fahrstuhl-Mannschaft, Sapauli ist richtig gut, ja, ich hoffe, dass es euch weiter gut macht, eure Stärke finde ich enorm, finde ich enorm gut, sogar von Heimvorteil, das finde ich auch enorm gut, außer ein bisschen Schwer-Schritt ist auswärts, aber ist auch nicht schlimm, gezielt manchmal, geht manchmal von sowas aus, aber ist nicht schlimm, ist gar nicht schlimm, ich hoffe von 2023, 2024, ich hoffe vom BVB-Pokal Runde 3 und der Achtelfinale von Regeln von DFB-Pokal, ist ein bisschen schwierig, finde ich, aber von Sapauli ist immer eine gute Mannschaft von zweiter Liga, außer eine von Hamburg SV, ist eigentlich, werde ich noch ein extra Video machen, von meiner Meinung, aber von Sapauli, finde ich, ich mag Sapauli, ja, ich habe auch mein Ziel, von euch dahin reisen, von Hamburger, Hamburg, war ich noch nie, sagen alle, dass es schön ist, und ich gehe jetzt mal dahin, eure Fleck von Hamburg SV, Hamburger, war ich noch nie da, außer eine war oft da, heißt es nicht, magst du denn die Madness, und es ist Kasslautern-Fan, ich auch, aber Sapauli, Kitzkicker, Sapauli, finde ich auch noch besser, Sapauli ist immer gut, aber ein bisschen Fan, aber Großes ist Kasslautern immer noch, ist aber nichts Schlimmes, Sapauli ist immer ein cooler Verein, bitte weitermachen, und selbst von Kasslautern ist es schwer, selbst Hannover 96, oder Baden-Borne, oder Kröte-Furt, ist echt krass drauf, Sapauli, das ist meine Meinung, lieber Sapauli, ist FC Sapauli, und das ist meine Meinung, viel Spaß von diesem Video, FC Sapauli, könnt gerne mir abonnieren, Mein Kanal heißt der Rot-Weiß-Essende-Freunde, und könnt gerne mich abonnieren, Mein Kanal heißt der Rot-Weiß-Essende-Freunde, und könnt gerne euch Kirchenglöcke anmachen, Däumchen wegen Gräume schieren, und eure Meinungen in den Kommentar-Kommentare schreiben, viel Spaß von diesem Video, lieber Sapauli.